Die KI-Revolution in der Videoproduktion. Warum echte Menschen schon überflüssig sind. Willkommen in der Welt von morgen. Nein, eigentlich von heute. Denn was ich dir jetzt erzähle, wird deine Sicht auf Videoproduktion für immer verändern. Stell dir vor, du könntest Videos produzieren ohne Terminabsprachen, ohne Reisekosten, ohne Fehlaufnahmen. Und das Beste, ohne die Launen echter Menschen. Klingt utopisch? Mich gibt es natürlich auch als Frau. Du siehst, ich kann auch in der Natur stehen und sportlich ausschauen. Oder ich bin lässig auf der Couch und schaue nicht ganz in die Kamera. Du kannst mich also wirklich so konfigurieren, wie du es brauchst. Natürlich geht es auch etwas professioneller oder ganz im Businesswork. Alles kein Problem. Stell dir vor, du müsstest dich nicht mehr umziehen, weil ich das für dich mache. Klingt schon recht entspannt, oder? Mich gibt es natürlich auch in allen Sprachen, die du dir so vorstellen kannst. Deutsch, Englisch, Spanisch. No me Chris. Yo también hablo español. De hecho, perfectamente. Mi avatar habla este idioma sin esfuerzo. Was sind KI-Avatare eigentlich? KI-Avatare sind nicht einfach nur digitale Puppen. Sie sind hochentwickelte virtuelle Persönlichkeiten, die in Echtzeit sprechen, authentisch interagieren und Emotionen simulieren. Warum KI-Avatare die Zukunft sind. Erstens. Ein menschlicher Darsteller braucht Stunden für Make-up, Anreise, Proben. Ein KI-Avatar ist in einer Sekunde einsatzbereit. Zweitens. Perfekte Performance. Während Menschen ihren Text vergessen, sich versprechen oder krank werden, kann ein KI-Avatar fehlerfrei perfekt dein Skript vorlesen. Drittens. Rund um die Uhr einsatzbereit. Dein KI-Avatar kann tatsächlich 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche für dich produzieren. Und falls du es noch nicht gemerkt hast. Der charismatische Moderator, dem du die letzten Minuten zugehört hast? Jepp, auch ein KI-Avatar. Die Entscheidung liegt bei dir. Aber denk dran. Während du zögerst, produzieren andere schon ihre nächsten viralen Hits mit KI-Avataren. Und nicht vergessen, lass ein Abo da.